Bitte einen großen Applaus für unsere Bühnen-Tänzerinnen. Hier sind Yvonne und Denise. Diese Frau weiß, warum sie roh und schont. Ihr wisst das noch nicht. Okay, wer Russisch ist, äh, wer Russisch spricht, darf mit singen. Es ist immerhin, wie wir den Gäste denken, wie wir den schönen Tag und sagen. Es ist sehr schön, dass wir die Bränen bekommen. Und wir hören, was wir werden. Wir hören, dass wir uns nicht genannt haben. Es ist nur so schön, dass wir uns nicht genannt haben. Wir hören uns nicht, dass wir uns nicht genannt haben. Für so, gib er den Mammelkorn Ich habe es geboat! Ich habe es geboat, aber ich schreue mich. Ich hab es geboat, aber ich bin toujours in der Zeit. Ich bin noch erledigt, aber ich bin schon nachiser. Ich bin herzlich, dass ich mich nicht immer in der Zeit. Ich bin so für mich geworden und ich bin zusammen und ich bin TIME. Ich bin ein wenig dabei, was ich nicht mehr in der Zeit. Ich bin jetzt schon mal. Kommt immer aufhören, die ganze Zeit uns so schattivisch zu verstellen. Puh, macht nur weiter. Okay, wir fangen jetzt an. Wir lernen jetzt alle... Ich hab da gerade nochmal direkt rum verloren. Stoi, Garabanski. Ich seh da einfach kein Ende, das ist saugeil, Mann. Ich hab da ja jetzt sehr inclusive vorhanden... Okay, Garabanski haben ein bisschen russisch können... RByZy russisch Italien von jederin. La la la. Aber die Stimmung ist... B comma B La la la. La 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 la. Lala. La 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 la. Lalalalalala Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.